Melanie F. und Peter P. sind bereits seit 5 Jahren ein glückliches Paar. Doch seit einiger Zeit wird Peter P. von einer schlimmen Vorahnung gequält. Er verdächtigt seine Melanie fremd zu gehen. Alter! Scheiße die kleine Pep betrügt mich. Ich glaube die trifft sich mit irgend so einem Tänzer. Ja ist der denn jetzt völlig bekloppt? Was geht denn denn das an? Sag mal bitte! Sag! Sag! Als Melanie zum Supermarkt geht um Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten zu kaufen ist Peter misstrauisch und auffällig voll gay. Melanie, warte Alter! Und tatsächlich, Melanie trifft sich mit einem anderen. Als der folgende Peter hinzukommt eskaliert die Situation. So, den werde ich zeigen. Was wirst du da? Kopf los! Alter, das hat mir getan. Warte, ich liebe dich, du Blödmann. Ich bin total geschafft, Alter. Drei Monate später. Die drei können ihre Differenzen beiliegen und führen eine glückliche Dreierbeziehung. An allen geraden Wochentagen hat Peter Melanie für sich alleine und an den ungeraden den Tänzer Michael. anner Lukas Schleswig-S면 Schleswig-Gert Nh deinen eranbolle Perrall